Hey Leute, Breaking News. Phuket ist jetzt komplett dicht im Lockdown. Das bedeutet, es gehen keine Transferbusse, Taxis mehr rein oder raus aus Phuket, nur noch Luftverkehr. Das bedeutet, ihr müsst von hier aus, geht es nur noch mit Bangkok Airways oder Thai Vietjet Air oder wie das heißt, oder Vietjet Air haben wir gesehen. Ja, ihr müsst schauen, was es noch gibt. Ja, falls, ob überhaupt noch irgendwas gibt. Momentan, ja. Ja, ich habe vorhin mal geschaut, Bangkok Airways gibt es noch. Klar, ihr bezahlt so ein bisschen was dafür, ein bisschen mehr als bei AirAsia, aber ja, ihr habt keine andere Möglichkeit. Also Phuket ist dicht, kein Bus mehr rein und raus, außer jetzt für Lebensmittel, für Fracht, etc. pp. Aber jetzt hier einfach mal nach Kaulak zu fahren mit dem Bus oder nach Krabi ist nicht mehr. Phuket hat komplett dicht gemacht, wie vorhin schon erwähnt im letzten Video. Strände haben dicht gemacht, geschlossen, Menschen, also Menschen leer. Gibt es das Wort, Menschen leer? Es ist einfach fast niemand mehr auf der Straße unterwegs. Und überall haben jetzt so kleine Sperren, dass man nicht mal reinfahren darf. Ja, genau. Und wie gestern schon erwähnt, Strände sind auch alle dicht. Man sieht auch echt nicht eine Person am Strand. Normal hat man ja immer so einen Rebell, der trotzdem noch am Strand geht, aber hier ist echt niemand, gar niemand. Niemand mehr. Die reichen noch mittlerweile die ganzen Shops raus. Also das heißt, die reichen die ganzen Shops raus. Es sieht aus, als er ist wirklich rausgerissen. Ich kann mal später versuchen, ein, zwei Bilder zu machen. Die Leute flüchten, hauen ab, was auch immer. Also... Ja, ich denke, das sind diejenigen, die die Shops hier nur gemietet haben über die Saison. Ja. Die werden jetzt einfach gehen, weil es geht einfach gar nichts mehr. Ja, ja. Und ähm... Ja, Puket ist dicht. Brauchte gar nichts zu probieren, also herzukommen. Und wenn die aus Puket raus möchte, dann nur noch über den Flugverkehr. Wie lange das andauert, wissen wir nicht. Angeblich 30. April. Ähm... Aber die Daten natürlich auch ohne Gewehr. Ja, genau. Und voraussichtlich wahrscheinlich noch länger, weil das ja hier auch erst beginnt. Die Zahlen werden immer höher. Ja. Da werden die das am 30. April, glaube ich, nicht lockern. Okay. Dann war's das erste Mal mit dem... Mit dem Update. Update, ja. Was wir noch vergessen haben zu erwähnen, ist, dass der Wasserverkehr auch komplett eingestellt worden ist. Das bedeutet, Speedboot nach Krabi oder Pibi Island oder Kolanta ist leider gestrichen. Das bedeutet, es heißt, dass du Pon die